Ja, hat er gerade ein bisschen Stein geklopft und wollte eigentlich weitermachen mit Holz gleich noch, aber wir haben wieder einen Angriff da hinten. Da müssen wir gucken, dass wir uns gleich verteidigen. Ja, hier schauts Logo und dann gehen wir in den Angriff. So, da kommen sie. Die sind schon alle kaputt. Da kommen noch einer oder zwei. Wo ist der andere auch kaputt? Ich glaube, der über... Alle Gegner zurückgeschlagen. Hat sich schon erledigt. Wunderbar. Ja, wäre schön gewesen, die zu fangen, aber das ist dann immer etwas schwierig, glaube ich. Oder? Gut, das bedeutet, wir haben hier definitiv den kleinen Futterbeutel, habe ich gemacht. Den können wir jetzt wohl schon nehmen. Jetzt würde ich den... Ne, warte mal, nicht hier. Wahrscheinlich können wir den hier sehen, oder? Ja, da haben wir jetzt einmal Nahrung. Das heißt, wir können das da reinsetzen und dann sollte er automatisch, glaube ich, das essen, oder? Hier können wir gerade die Beeren noch reinschmeißen. Gut, und da sind noch mehr Beeren, okay. Die Eier nehmen wir da auch noch gerade raus. Und wie viel hat er hier gemacht? 17 von 22, okay. Dann nehmen wir da mal welche weg. Können wir das beschleunigen? Ja, wir können das beschleunigen. Die 5 kriegen wir schnell hin. So, dann können wir nämlich hier sagen, machen wir die Eier noch. Und dann hat der Pal-Fox da wieder was zu tun, der Fox-Pal. Ich wollte gerade Escape drücken, aber das müssen wir ja nicht machen. Gegenstände hier an der Werkbank. Den Futtersack habe ich gemacht. Ich weiß gar nicht, kann ich da mehrere von machen? Wir hätten alle Sachen dafür da. Dann mach noch einen, mal gucken, ob ich dann ein zweites Fach kriegen kann. Da hinten werden Steine geklopft. Das ist gut, aber ich brauche, glaube ich, nochmal Holz. 75 sind da schon geklopft worden, okay. Hier können wir verschwinden, hier. So, warte mal. Ich habe jetzt hier ihn ins E gedrückt, damit er wieder weg ist. So, jetzt gucken wir hier nochmal rein, ob wir da schon... Ne, wir brauchen da noch, hier brauchen wir noch Pal-Dium-Bruchstücke, 5. Metallwaren müssen wir da auch noch machen. Die kriegen wir nur aus Erz und Pal-Dium. Da hätten wir 5 für, aber da fehlen die Pal-Säfte. Und hier fehlt die Feuerdrüse. Das heißt, da sind wir erstmal durch. Dann lass uns da mal reingucken. Okay, da haben wir schon was zum Reparieren gebaut. Das ist alles bekannt. Was ist das? Das ist die Stoffkleidung. Achso, Fellrüstung. Leder 10. Ja, dann würde ich sagen, mach die mal. Und wir haben immer noch diese Geschichte hier mit. Schalte das Rezept für Stoffkleidung ungewöhnlich frei. Aber wo? Da unten ist nur Abwerfen. Ja, ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich die aufleveln kann. T. Ist das hier irgendwo drin? Also hier ist ja die Stoffkleidung. Hier haben wir keine Punkte definitiv mehr. Ganz unten ist ja jetzt auch nichts. Technologien. Inventar. Haben wir schon gehabt, ist klar. Da kann ich nix irgendwie hinmachen. Schilder, Kopf, Accessoires. Kann ich nicht hinlegen. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie das funktioniert, das zu bauen. Was ist das mit? Ah, wichtige Objekte gibt es auch noch. Ah, da, siehe da. Fox Parkgeschirr. Ah, und der kleine Futterbeutel ist hier auch schon drin. Warte mal, die kann ich doch dann, glaube ich, da hinten machen, ne? Ja. Fanggeschick stärken wir da. Das nächste Schritt brauche ich sieben. Sind die jetzt weg, die wichtigen Objekte? Alle weg, ja. Aber ach so, dann wären die noch da. Hier gibt es keine Plätze, glaube ich. Und diese sind dann nicht wichtig. Die Bären machen wir da wieder rein. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Er ist noch da am Tüdel. Du sollst da hinten ein Holz fällen, weißt du? Ah, Kanzel fällt mir ein. Das wollten wir bauen. Die ist nicht hier. Die ist hier. Was brauchen wir? Stein und... Ja, das haben wir alles. Wo bauen wir die nur hin, das ist die Frage. Ich hätte sie ja da oben hinbauen wollen, damit man eine Übersicht hat, aber das ist wohl nicht möglich. Zack, machen wir sie hier hin, ne? Irgendwie haben wir noch ganz viel Material zum Tragen, das wollen wir mal gerade loswerden. Wahrscheinlich sind das noch Steine, ne? Ja, die machen wir da rein, das Erz haben wir auch noch, kann da rein. Das hier rein. Waren die nicht mal hier? Ah, da ist der Bogen, der kann da weg. Der alte Bogen muss woanders hin. Die können auch da rüber. Ja, die können wir noch fertig machen. Ah, der alte Bogen gehört hier eigentlich rein, ne? Wieso der jetzt hier bei ist. Ach, den habe ich hier irgendwo hingeschmissen gehabt, schon mal. Ja. Und dann hat den wieder aufgenommen. Mal schauen, aber die werden sie wahrscheinlich, die werden das da wieder reinlegen, ne? Das könnte auch sein, ne? Das gehört hier rein, fertig. Ich weiß gar nicht, wie hoch das gesteckt werden kann. Da lag noch so ein Ding, haben wir auch wieder aufgesammelt, ne? Es wird schon wieder dunkel. So, was können wir noch bauen? Palswehrenbank, was brauchen wir da? Palediumbruchstücke und Holz. Holz wäre schön, aber der grüne dem... Ah, warte mal, die Kanzel ist gebaut. Öffnen wir das doch mal. Ach so, okay, schuften da, okay. Ach so, eine Anweisung ist das. Arbeitstempo, Bewegungstempo hoch, Geilwert reduziert hoch und Sattheitswertverlust. Arbeitstempo, Bewegungstempo, Geilwert reduziert. Ach so, da ist hoch und da ist maximal, okay. Ja, komm, schuften wir aber erst mal. Macht mal hinne. So, wir gehen mal noch schnell so ein paar Bruchstücke sammeln. Aber ist schon dunkel, ne? Aber die sind ja hier vorne schon. Ja, wäre schön, wenn er jetzt die Axt aus Spitzhacker auswählen würde. Macht er natürlich nicht, ne? Es ist so doof. Die habe ich doch dabei, oder? Ja, die habe ich dabei, aber wie kriege ich die ausgewählt? Hier geht es nicht. Jetzt ist der Bogen ausgewählt. Aber was für ein Bug, ne? Da war sie. Jetzt ist sie da. Okay. Komm, du mal wieder. Da ist noch erst, das brauchen wir auch mal. Das brauchen wir auch noch ab. Ja, dann schau, was nicht alles. Jetzt sind wir schon zu viel, sonst shit. Da schläft einer. Ich hoffe, der ist nicht von uns. Gut. Da schlafen wieder welche draußen und keiner weiß warum. Die kommen da rein. Die kommen da rein. Der kommt da rein. Was haben wir hier drinnen? 46 Eier, die können wir mitnehmen. Und die Ne, das sind Ruhebären, die sind noch nicht fertig. Warte, dann können wir die aber mit drüber holen. Die vier Laster drüben. Okay, mach du mal gleich das da, Feuerfox. Und wir gehen hier hin. Und machen wir 17 Stück, okay. Dann haben wir das auch erledigt. Hier ist schon die Föllrück stoppfertig. Sonst ist hier jetzt nix. Das war die Stoffkleidung, die können wir nicht mehr abwerfen. Dann werden wir die mal gerade tauschen. Gegen die. Kann man irgendwo was sehen, wie ein Abwehrwert. Verteidigung 115. 135, okay. Gut. Das bedeutet, wir gehen da wieder in die Ecke. Und abwerfen. Weiß nicht, wofür es gut ist, aber wir haben es da erstmal hingeschmissen. Lass uns mal gerade eine Runde pennen. Damit es wieder hell wird, ne? Ja, es sind zu wenig hier drin am Schlafen. Ich weiß nicht warum. So, da ist Arbeit drin. Was mussten wir hier noch bauen? Pharmazeutie-Bank. Konnten wir die schon bauen? Ich glaube nicht, ne? Das waren nur Deko-Elemente. Doch, da ist er. Holz brauchen wir dafür. Da ist kein Baum. Da ist ein Holz. Er arbeitet jetzt hier. Das ist ja schön, ne? Wenn ich mithelfe, geht es schneller, oder? 30 Stück braucht man, oder was war das? Ich stelle mir gerade aber die Frage, ob das hier schneller geht. Ich glaube, ein Baum ist schneller zu fällen und gibt mehr raus. Das ist hier mehr für den Kasper. Ich glaube, wenn ich da hinten hingehe, ist es besser. Was passiert denn hier? Ist da einer krank? Muss ich gleich mal gucken. Der Pal schläft und hat Stress. Okay. Ja, das geht hier bedeutend schneller mit dem Holz. Dafür ist die Ressource schneller natürlich auch verbraucht. Aber der andere kann das ja besser da hinten abbauen, ne? So, wir hatten das hart schuften. Jetzt ist das mit der Werkbank. Ich glaube, die stellen wir hier rechts neben, wenn es so geht, hier, ne? Okay, die bauen die schon auf. Alles prima. Das würde bedeuten, dass hier jetzt gleich ein Level abgeht. Seid ihr fertig? Macht mal schneller deinen. So. Mission her, du kannst deine Pal-Box verlassen. Katika, mit der DL-FM-7 wird gebaut, mit der DL-FM-7 wird gebaut. Gut. Neun Pal-S und eine Lagerverbesserung. Ne. Ah, guck mal, Stufe. Nächste Stufe machen wir her, kriegen wir ein zweites Lager. Das ist schon mal gut. Gut. Kühlbox bauen und baue Pal-Sphäre und Bergbank. Die zweite Option haben wir und den Kühlschrank haben wir noch nicht, weil da habe ich gedacht, brauchen wir nicht. Vielleicht können wir das aber gleich bauen. Ich gucke aber jetzt erstmal hier rein. Was kann man hier? Schwache Medizin, Medizin, starke Medizin, dubioser Saft und seltsamer Saft. Knochenhorn, hübsche Blume. Ein Trank, der die Stimmung erheblich verbessert. Nach dem Konsum erhöht sich das Arbeitstempo für eine gewisse Zeit signifikant. Allerdings sind auch die Gai signifikant. Dubioser Saft ist ein Trank, der Stimmung verbessert. Nach dem Konsum erhöht sich das Arbeitstempo für eine gewisse Zeit beträchtigt. Allerdings sind die Gai. Singt die Gai, ja. Starke Medizin, die bei Leiden wie Erschöpfung und Depressiv hilft. LP lassen sich damit nicht wiederherstellen. Andererseits bei Medizin bei Leiden wie Wagengeschwür oder Knochenbruch hilft. LP lassen sich damit nicht wiederherstellen. Okay, und hier vielseitig schwache Medizin, die sowohl bei Erkältung als auch bei Verstauchung hilft. LP lassen sich damit nicht wiederherstellen. Egal wie viel man davon füttert. Okay, das heißt alles für die Pals wahrscheinlich. Brauche ich jetzt erstmal nicht. Hier ist Rezept wählen. Ist das nicht? Habe ich das vergessen? Ne, da hatte ich doch 17 Stück gemacht. Habe ich nicht Produktion. Wählen gemacht. Steinachs und so, das brauchen wir nicht. Aber warte mal, den Speer haben wir noch ausgewählt. Der gibt es hier noch, ne? Können wir den bauen? Ich glaube, den sollten wir mal machen. Produktion beginnen. Ja, nicht S-Geld drücken, ne? Ja, den Zerkleinerer war ein nice Gimmick, aber gebracht hat mir das nichts. Glaube ich. Können wir hier was bauen? Nein. Escape. Ich glaube, wir können vielleicht aber unsere Werkzeuge verbessern wieder. Ja. Da fehlt ein Metallbau. Und da auch. Okay. Dann wird das nichts. Hier ist noch ein Futterbeutel. Das interessiert uns jetzt, ob der zweite Futterbeutel dann auch eingesetzt werden kann. Wohl nicht. Ja, dann kann man nur einen von benutzen. Ich habe zwar zwei, aber man kann nur einen benutzen. Das heißt, einer hat umsonst gebaut, aber vielleicht kann man das später ja machen. Weiß ich nicht. Gut. Der eine Pal ist nachlässig, weil er müde ist. dann soll er noch schlafen gehen, von mir aus. Kann ich hier noch was reinstopfen? Wahrscheinlich. Steine. Holz. Fasern. Und ich weiß immer noch nicht, wie man das aktiviert. Verschieben. Das Rechtsklick steht da drunter. Mehr steht da nicht. Schade. Gut, jetzt müssen wir noch überlegen, was machen wir? Wir haben... Aber wir können noch einen Fox hier unten reinstecken. Um welchen, das ist die Frage. Warte, wir hätten auch letztes noch welche eingefangen. Der da zum Beispiel. Der kann gießen und tragen. Und der hier. der macht einen E-Donner in die Schicht da. Ist noch ein anderer dabei. Hier sind nochmal drei. Hier der Flieger. Was war mit dem? Der konnte nur gießen. Das ist die Frage, welchen setzen wir ein? Der wäre ja zum Kämpfen vielleicht gut. Funkenschuss ist 30. Der hat irgendwie einen Aquaschuss mit 40. Hört sich nicht schlecht an. Was hat er hier? Oh, der hat aber vier, drei Sachen. Schlammschuss, Luftkanone. 30, 40, 45. 25, 40. 30, 25, 35. Oh, der hat sogar düsterwelle mit 55. Ich glaube, der Chicken ist nicht so gut, oder? Kann das sein? 40, ja. Hier ist auch nochmal ein 40, aber den haben wir schon mit. Die haben wir schon geklärt. 30. Was war das hier noch für einer Fixie? Den haben wir auch noch nicht. Luftkanone. Was kann er sonst noch? Nur Farming, glaube. Schlammschuss, 40. Ich glaube, dann können wir den gegen Chicky austauschen, oder? Ja. Ich glaube, der ist dann besser, wenn wir den im Team haben. Gut. So, jetzt müssen wir noch überlegen, wen wir hier unten noch mit hinnehmen. Handwerk und Tragen. Was ist der Zaun da rechts? Hier, da steht ein Zaun. Ach, das ist Hühnerstall wahrscheinlich. Der macht Wolle und der macht Eier, ne? Ja. Was macht der Eier? Er macht ganz viel hier. Pflanzen, Ernten, glaube. Und der macht noch Holz. Dann ist der doch bei uns richtig, oder? Holz hatten wir noch nicht so viele. Da fehlte noch einer. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Äh, ja, das funktioniert erst mal. Und... Ich denke, wir machen gerade eine Schnellreise. Und wo gehen wir hin? Und wo gehen wir hin? Können wir da auch hin? Chillet? Nee, geht nicht. Aber ich weiß nicht, wofür es gut ist. Was ist da? King Paka. Level 23. Ich glaube, ein bisschen viel, ne? Ich gehe mal da hin zum Touren. Haben wir den Speer jetzt eigentlich? Nee. Bin aber nicht mitgenommen. Naja, ist egal erst mal. Von denen brauchen wir, glaube ich, auch noch 10, ne? Schauen wir mal, ob wir da noch 10 von brauchen. Müssen wir mal, wenn wir den gefangen haben. Ich meine, ja. Dann haben wir erst eine Reihe von. Kätzchen bin ich mir jetzt nicht sicher. Sehe ich das irgendwo? Ich glaube, das kann ich nirgendwo sehen, oder? Wenn dann hier im Nepaldex vielleicht. Kann man das irgendwo sehen? Completed. Da unten, da steht das vielleicht, oder? Oder sind das die Completed? Ah, nee, da stehen sie. Siehst du? Und der ist Completed, also brauchen wir den nicht mehr. Das Kätzchen ist schon über. Wir gehen da mal hoch, oder? Rocky Wilderer. Ich habe keine Pfeile, ne? Aber Rocky machen wir mal gerade hier kaputt. Oh, noch mehr Rocky Wilderer. Vielleicht war das etwas schwierig. Da ist ein Turm. Okay, gehen wir mal weg. Das hat hier keinen Sinn. Humus kommt seiner Arbeit nicht nach. Okay, die kommen mir nach. Ich glaube, die sind wieder zurückgegangen, oder? Schätze ich mal. Da waren wir außer Reichweite. Palindex. Welcher war das? Dieser hier war das. Da brauchen wir noch drei von. Mal gerade gucken. Kommt keiner? Kommt keiner, ne? Das heißt, wir machen mal gerade hier jemanden kaputt. So, brauchen wir noch zwei. Da ist ein Chicken. Wo sind die anderen hin? Da hinten ist auf jeden Fall noch einer. Aber hier war da auch noch einer, oder? Ist der um die Ecke? Und da ist noch eine Kugel, die nehmen wir mal mit. Ich weiß gar nicht, wie viele haben wir. 19, okay, das geht ja. Die Wollknäule sind wir, glaube ich, mit fertig. Ja, weiß ich auch nicht, wo der eine ist. Tiki-Piki haben wir schon. Den sollten wir schon kriegen, oder? So, einer fehlt noch. Da oben läuft noch so ein blauer. Dieser, ne? Brauchen wir auch noch. Dann würde ich den da oben mal favorisieren. Und da ist eine schlechte Stille wahrscheinlich ausgewählt. Das muss klappen. Wieso hat der noch geschossen, obwohl der ja in der Kugel ist. Da fehlen aber noch drei. Da ist noch eine Kugel. Hatten wir die schon? Ich glaube, da brauchen wir noch, oder? Okay, der hat mit Schlamm geworfen, gerade. Der ihm lohnt. Da ist noch ein Gumus. Wie, der ist noch mal freigekommen? Komm jetzt aber. Da kommt noch ein Gumus. Okay, da war zum Glück der Baum im Weg, ne? Da brauchen wir noch einige mehr. Kätzchen brauchen wir nicht. Wo geht's da lang? Weiß ich nicht. Aber zu den Kätzchen will ich jetzt gerade nicht. Was ist das da unten am Blinken? Na, lande doch mal. Keine Ahnung, was das ist. Kleine Palsäle, okay. Jetzt wissen wir noch nicht, wo wir sind, ne? Auf jeden Fall können wir das da mitnehmen, glaube ich. Wenn ich jetzt dieses Werkzeug auswählen könnte, wie komme ich an die Spitzhacke? Da ist es. Ja, die Pfanden können wir auch noch gebrauen, ne? Da ist noch eine Kiste, die nehmen wir mit. Dann müssen wir mal gerade überlegen, wo wir hin müssen. Ich habe die Vermutung, wir müssen sowieso wieder zurück hier hoch. Goldmünze, Brot, Stahlschlüssel. Lass uns mal auf die Karte gucken. Okay, die Richtung ist gut für... ...ein Schnellreisepunkt. Was ist das da für einer? Okay. Wo ist er? Da ist er. Sorry, tut mir leid, aber wenn du so kommst, ne? Wo ist er jetzt? Dann muss ich gucken, dass ich dich erwische. Oh, keine Energie mehr. Super. Komm, ein Schlag noch. Oh, das hat nicht geklappt. So, lass ihn reinkommen, weil ich brauche. Und den habe ich noch nicht. Sehr schön. Wunderbar. Was ist das da für einer? Fixie? Oh, Fixie konnte Baum fällen, ne? Oh, da war das Fixie. Ich glaube schon, ne? Aber ich gucke mal gerade, dass ich erst mal zurückkomme, glaube. So, hier können wir bauen, Kühlbox und Pfahlswehr. Okay, das ist schon klar. Ich denke mal, wir machen hier jetzt erst wieder einen Cut. Ich werde hier gucken, dass ich alles verteile, etc. Und durchkriege und hier irgendwie was aufbaue. Und dann würde ich sagen, schau mal in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine überhaupt macht, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit wir jetzt das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf einem anderen Kanal teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.